Und ich darf jetzt den Tino Bogner ankündigen. Der Tino ist ein langjähriger, guter Freund, der immer wieder bei uns in der Kirche mit der Holy Maggie Band gespielt hat. Nicht nur das, er hat unsere Kliseegebete begleitet und er ist ein Vollblutmusiker. Er hat dann seine Berufung zur Musik zu seinem Beruf gemacht. Er begleitet Feiern aller Art, Taufen, Hochzeiten, Bestattungen. Und wir sind sehr froh, dass er heute Zeit gehabt hat, mit uns diesen Abend zu gestalten. Früher hat er mit der Band gespielt, um sie aufzupetten, aber die Band ist aufgewachsen und jetzt spielt Tino solistisch und wird uns mitreißen zum Mitsingen. Es wird also ein sehr lebendiger Act jetzt. Tino mit Gitarre, bitte Tino. Danke, liebe Sissi. Ich freue mich sehr, heute wieder da sein zu dürfen. Und Bischof Alex hat mich wieder nach Hüblein geführt, über das Sissi und die himmlischen Regisseure. Und ich habe euch ein paar Lieder von mir mitgebracht und ich bitte euch alle und auch diejenigen, die so toll jetzt gesungen haben, es sind viele, viele Sänger da und ich bitte euch einfach mitzusingen. Ich sage euch vorher den Text, die Lieder sind ganz, ganz einfach und ja, würde mich freuen, wenn ihr viele, wenn nicht viele Stimmen noch hören, wenn wir das mit Stimmen vielleicht sogar aufteilen können. Okay, das erste Lied, was ich euch mitgebracht habe, ist All life is holy. Alles Leben ist heilig. Alles, was ich sehe, jeder Atem ist kostbar. All life is holy. All life is holy. Everything I see, every breath is living love and a gift for me. All life is holy. Everything I see, every breath is living love and a gift for me. All life is holy. Everything I see, everything I see, everything I see. All life is living love and a gift for me, every breath is living love and a gift for me. All life is holy. All life is holy. All life is holy. Everything I see, every breath is living love and a gift for me. All life is holy. Hij ook holy. Nixja super. Wahnsinn. Und jetzt probieren wir es gleich nochmal detail. Wir fangen da an, das ist ein Kahlar und wir setzen dann da fort. Fangen wir auf der Seite an. Alle Refnet-Singer die zweite Liedre haye A gift. All life is holy. All life is holy. Everything I see. Die Sendung ist auch noch so singend. 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 Super, danke.